In meiner Freizeit sammle ich die notwendige Kraft für meine Arbeit im Wahlkreis Rumpfen-Berlin. Ich wandere gerne mit Freunden, unternehme auch gerne einmal eine Radtour und genieße die herrliche Natur unserer Heimat. Mein Wahlkreis zur und halb Sigmangen zwischen Schwarzwald, Bodensee und Oberschwaben zählt sicherlich nicht nur zu den größten, sondern auch zu den schönsten Wahlkreisen in ganz Deutschland. Das Gespräch mit den Menschen ist die wichtigste Grundlage für meine Arbeit in Berlin. Hier lerne ich die Probleme und die Sorgen besser kennen. Es gibt vieles, was wir gemeint haben. Es gibt aber auch vieles, was wir noch gemeinsam anpacken müssen. Hier bei uns bekomme ich auch immer wieder viel Unterstützung von den Menschen. Herzlichen Dank dafür.